Musik Willst du denn nicht weiter tanzen? Warum bin ich nicht so reich wie dieser großspurige Ezechiel? Stimmt das, Mutter? Dass das Glasmännlein nur den Sonntagskindern erscheint? Lass doch das Glasmännlein, Peter. Bleib bei deinem Handwerk, das wird dich schon ernähren. Meint ihr, ich hab euch nicht gesehen, Herr Schatzhauer? Warte, du kleine Bursche, dich will ich bald haben. Peter, rum! Meinst du, ich habe nicht die Ketteln sehen bei dem Kleinen? Gut, dass du dein Sprüchlein nicht wusstest. Dein Irren, etwa gar der Holländer, Michel? Du fürchtest dich wohl, he? Du bist so schrecklich groß. Bart, kleiner Peter, dagegen weiß ich ein Mittel. Du liederlicher, fauler Bursche. Was hast du nun von deinen törichten Wünschen? Ich will auf der Stelle zweimal hunderttausend Gold schicken von dir. Stuhl, lass mich sonst. Au, 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 au. Fünfhundert, sechshundert, siebenhundert, achthundert zu teuren. Bist du jetzt so viel zu bieten? Gib neunhundert. Und das gehört dir. Wenn wir von Aquacolor reden. Aquar ist ein Akronym aus Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Der Tanz beginnt. Ich bin die Königin. Ich müsste jetzt gehen.